Musik Einen herzlichen guten Morgen in Tarmstädt, meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen zur 65. Veranstaltung. Rund 700 Aussteller haben in diesem Jahr ihren Platz gefunden. Entdecken Sie die neueste Technik oder wenn Sie einfach Lust auf einen schönen Tag haben, dann genießen Sie unser tolles Rahmenprogramm. Herr Korte, was beschäftigt denn die Landwirte hier in der Region? Wir wollen hier einen Dialog führen, auch mit der Wissenschaft und vor allen Dingen auch einen wissenschaftlich begleiteten Ansatz finden, um die Tierhaltung weiterzuentwickeln. Musik Ein großes Thema ist die gegenseitige Akzeptanz. Insoweit denke ich, ist die Ausstellung ja übrigens auch ein gutes Mittel für die Akzeptanz der Bevölkerung zu sorgen. Musik Ohne Landwirtschaft sind die ländlichen Räume auch in großen Schwierigkeiten. Und deshalb ist auch eine Ausstellung wie heute wichtig, um zu zeigen, wie auch moderne Landwirtschaft funktioniert. So, und wo soll ich jetzt da rein? Das ist immer ganz gut. Zugesperrt. Ist zugesperrt. Musik Allen Beteiligten, allen Ausstellern wünsche ich ein gutes geschäftliches Ergebnis. Allen Besuchern und Gästen wünsche ich einen erlebnisreichen und angenehmen Aufenthalt. Die 65. Tharmstädter Ausstellung ist eröffnet. Musik Die 65. Tharmstädter Ausstellung ist eröffnet. Die 65. Tharmstädter Ausstellung ist eröffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017